Verzweiflung beschlossen die Regierenden wieder einmal, Fabian um Rat zu fragen. Sie hielten ihn für außerordentlich klug und in finanziellen Fragen schien er stets die beste Lösung parat zu haben. Er hörte sich all ihre Probleme an, überlegte und sprach. Viele Menschen werden mit ihren eigenen Problemen nicht fertig. Sie sind darauf angewiesen, dass ein anderer einspringt und die Probleme für sie löst. Sicher seid ihr alle einverstanden, dass man den meisten Menschen das Recht auf Lebensglück und Deckung ihrer Grundbedürfnisse zugestehen sollte. Wir vertreten doch schließlich das übergeordnete Prinzip, dass alle Menschen gleich sind. Um nun einen Ausgleich zu schaffen, muss man den überschüssigen Wohlstand der Reichen abschöpfen, um ihn den Armen zufließen zu lassen. Anders geht das nicht. Ihr müsst also ein abgestuftes Steuersystem einführen. Je mehr einer hat, umso mehr muss er zahlen. Besteuert einen jeden nach seinem Vermögen und gebt einem jeden nach seinen Bedürfnissen. Er hielt ihnen eine lange Predigt über hochtönende Ideale und schloss mit den Worten und ihr bitte vergesst auch nicht, dass ihr mir Geld schuldet. Ihr habt es euch nun schon recht lange ausgeliehen. Ich kann euch entgegenkommen, indem ich die Tilgung aussetze, aber zumindest müsst ihr mir weiterhin die Zinsen zahlen. Niemand hinterfragte Fabians Philosophie. Die Regierung führte tatsächlich eine abgestufte Einkommensteuer ein. Je mehr jemand verdiente, umso höher lag nun der Prozentsatz, nachdem er besteuert wurde. Niemand mochte die Einkommensteuer, aber alle zahlten, weil sie sonst ins Gefängnis gekommen wären. Die Kaufleute sahen sich abermals gezwungen, ihre Preise anzuheben. Und wieder forderten die Arbeitnehmer höhere Löhne, woraufhin viele Unternehmer einen Teil der Belegschaft durch Maschinen ersetzen mussten oder in Konkurs gerieten. So wurde die Arbeitslosigkeit freilich verschlimmert, was die Regierung zur Einführung weiterer Modelle für Sozialhilfe und Arbeitslosengeld veranlasste. Die Regierung führte Zölle, Subventionen und andere Schutzmaßnahmen ein, um verschiedene Industriezweige vor dem Zusammenbruch zu bewahren und Arbeitsplätze zu retten. Hier und da begann man sich zu fragen, ob der Sinn der Produktion wohl eigentlich darin lag, Waren herzustellen oder lediglich für Arbeitsplätze zu sorgen. Mit weiterer Verschlechterung der Lage versuchte die Regierung durch Lohn- und Preiskontrolle sowie komplexe Reglementierung ein wenig Stabilität zu wahren. Mittels Mehrwertsteuer und allen moeglichen Abgaben sollte der Fiskus gestaerkt werden. Jemand stelte einmal fest, dass ein Laib Brot auf seinem Weg vom Mähdrescher bis zur Hausfrau mit ueber 50 verschiedenen Steuern belastet war. Nun schlug die Stunde der Experten, die manchmal sogar ins Kabinett aufstiegen, meist jedoch in undurchsichtigen Gremien zusammentrafen und Jahr fuer Jahr nur inhaltslose Papiere vorlegen konnten. Bestenfalls empfahlen sie eine weitere Umstrukturierung des Steuersystems, aber die Gesamtsumme der Steuern und Abgaben stieg unaufhoerlich weiter an. Fabian forderte unerbittlich seine Zinsen ein. Dieser Posten verschluckte einen immer groesseren Teil des Steueraufkommens. Damit entstand eine ganz neuartige Form der Politik, nämlich Parteipolitik. Die Leute stritten miteinander, welche Partei die Probleme am besten loesen koennte. Man diskutierte ueber Persoenlichkeiten und Ideologien, man warf sich Etiketten an den Kopf und veranstaltete ueber alles ein grosses Geschrei. Nur nicht ueber das eigentliche Problem. In den leitenden Gremien machte sich eine stille Verzweiflung breit. Schlieesslich kam es so weit, dass in einer Stadt der faellige Zinsbetrag die Summe des erwirtschafteten Einkommens ueberstieg. Im ganzen Land wuchs die Menge der nichtbezahlten Zinsen. Und auch auf die ueberfaelligen Zinsen wurden jetzt Zinsen erhoben. Der sogenannte Zinseszins. So konnte der konkrete Reichtum des Landes allmahelig von Fabian und seinen Kumpanen uebernommen werden, sei es durch Uebertragung des Eigentums oder wachsende Kontrolle in den Aufsichtsraeten. Aber noch war die Kontrolle nicht allumfassend. Die Geheimbuendler wussten, dass sie erst dann sicher im Sattel sitzen wuerden, wenn sie jeden einzelnen Menschen perfekt unter der Knute haetten. Ueberall fehlte es an Geld. Viele Menschen waren arbeitslos und verarmten. Die Sozialsysteme konnten sich nicht um alle kummern, sodass das Volk allmahelig aufbegehrte. Fabian ueberzeugte die Regierung, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Nämlich erstens, ein Krieg sei das beste Mittel, um die Menschen im Kampf gegen einen gemeinsamen aeusseren Feind wieder zusammenzuschweißen. Und zweitens, dies sei auch der beste Weg, um die einheimischen Regierungsschulden zurueckzuzahlen. Nämlich durch Ausbeutung anderer Lender nach dem Sieg. Damit die Kriegsmaschinerie anrollte, ließ Fabian Fabriken bauen, gab ihren Besitzern Geld, um Bomben herzustellen, verlieh Geld an das Militair und gewaehrte schliesslich den Opfern hochverzinste Kredite fuer den umfangreichen Wiederaufbau. Danach gab es weitere, grosszuegige Kredite unter dem Titel Wirtschaftsfoerderung. Dieses System mit all seinen Auswirkungen war so erfolgreich, dass viele Lender der Welt plötzlich nicht nur Auslandsschulden hatten, nämlich bei Fabian, sondern auch in irgendeelche kriegerischen Auseinandersetzungen verwickelt oder daran beteiligt waren. Fabian sorgte da fuer, dass immer ein Gleichgewicht der Mächte bestand, so dass jedes Land gegen jedes beliebige andere in den Krieg gepresst werden konnte. Das schien Fabian zum Beispiel immer dann angebracht, wenn ein Land Fabians Vorschlage ignorierte, seine Schulden nicht zurueckzahlte oder ein neues, von Fabian unabhaengiges Geldsystem einfuehren wollte. Fabian finanzierte, meist ueber Strohmänner, Tarnorganisationen oder Geheimdienste, immer auch das angegriffene Land, damit der Krieg moeglichst lange dauerte und auch am Wiederaufbau moeglichst viel zu verdienen war und liess sich dann seine Kredite durch Ausplunderung der Infrastruktur und der Bodenschätze des eroberten Landes zurueckbezahlen. Die meisten Mitbuerger, die gegen das heimtueckische System aufbegehrten, konnten zum Schweigen gebracht werden, indem man sie wirtschaftlich unter Druck setzte oder sie einfach laecherlich machte. Zu diesem Zweck kauften Fabian und seine Kumpane den groessten Teil der Zeitungen, Fernseh- und Rundfunksender auf und setzten dort handverlesene Fuehrungskraefte ein. Viele dieser Medienbetreiber waren aufrichtig bemueht, die Welt zu verbessern, aber sie merkten ueberhaupt nicht, wie sie ausgenutzt wurden. Mit den Loesungen, die sie propagierten, wurde immer nur an den Symptomen herumgedoktert, ohne die Ursache des Problems je beim Schopf zu packen. Es gab durchaus verschiedene Zeitungen und Zeitschriften. Manche fuer den linken Fluegel, manche fuer den rechten, wieder andere fuer die liberale Mitte, ebenso auch Zeitschriften fuer die Arbeiter, andere fuer die Unternehmer. Man durfte lesen und schreiben, was man wollte, aber nur so lange man nicht versuchte, dem eigentlichen Problem auf den Grund zu gehen. Fabians groeser Plan stand kurz vor der Vollendung. Das ganze Land, und nicht nur dieses Land, war schwer bei ihm verschuldet. Ueber das Bildungssystem und die Massenmedien beherrschte er nicht nur die Gemueter, sondern sogar den Verstand der Menschen. Was die Bevoelkerung dachte und glaubte, lag im Endeffekt ganz in Fabians Hand. Wenn ein einzelner Mensch viel mehr Geld besitzt, als er zu seinem Privatvergnuegen jemals ausgeben konnte, welchen besonderen Genuss kann er dann aus der Welt noch herausholen? Fuer die selbsternannte Elite gibt es darauf eine klare Antwort. Die Macht. Die nackte, ungezuegelte Macht und ueber andere Menschen. Die Idealisten waren sehr geschickt in den Medien und in der Politik platziert und so tatsaechlich entschärft worden. Doch die wahren Kontrollfreaks mit jener speziellen Herrschermentalität, die Fabian suchte, fand er in den Machtjunkies der Finanzdynastien. Die meisten der ehemaligen Goldschmiede hatten eine solche Mentalitaet entwickelt. Ihr maasloser Wohlstand befriedigte sie nicht.